hallo freunde schauen wer dabei ist der ralle 24 aus stuckenbrock ja der christian der kommt gleich auf den warten wir noch der ist ein bisschen spät dran heute und dann geht es los ja genau der hat sich verletzt ja das war es aber ihr wisst ja von nichts also für euch das intro aktuell so bis gleich auf den drei reden immerhin vom gleichen tag ja genau gleich gedacht nur ein paar stunden später vor mir ohne trailpulls direkt die neue leiden ja 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 natürlich Kommt gleich, kommt gleich! Den Ball! Den Ball! Den Ball! Warte mal! Warte mal! Das ist gut, Alter! Ja, ja! Richtig schön! Jetzt riecht sie aber an der Bremse, die muss ja schon blühen. Ja, ich bin jetzt am Schleifen. Hast du Rahmen gekriegt? Ja, noch nicht. Schleift die ganze Zeit schon. Ich bin jetzt am Schleif. Ich bin jetzt am Schleif, der sich auf dem Raum zieht. Ich bin jetzt am Schleif. Die sind jetzt am Schleif. Das ist sehr schön! Ich bin jetzt am Schleif. Ich bin jetzt am Schleif. Ich bin jetzt am Schleif. zugebuchert 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 noch nicht besser? geht besser so, auf gehts nach oben jawoll, gefunden haste, lecker? leckerchen die 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 Das haben wir letztes Mal gar nicht gesehen hier. Ist gut. Lohnt sich, ja. Dann hast du mal so schnell in der Schulter. Ja? Hallo? Was? Ja, mir. Schnellfahrt hier, du Lappen. Achso! Haha! Hurra! Wo bist du? Ja! Weiß ich nicht. Christian fehlt! Achso! Achso! Den boi! Das ist ein bisschen langsamer. Ja! Das ist gut. Das ist so. Das ist so. Ja! Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja! Das ist so. Das ist so. Ja, aber diese blöde Müllzitte da oben, die liegt halt schon seit... Geht mir auf den Sack, ne? In zwei Jahren, ne? Ach. Die liegt in mehr als zwei Jahre. Und den Wichser, der die hingestellt hat. Irgendwann erwischt man so einen. Da sind tatsächlich so Kindergartenreifens drauf. Aber das funktioniert, du. Bereit? Wird alles... Bereit! Na, guck mal! Lehmboi! Was geht hier? Schön trocken hier, schön trocken. Stau wie trocken. Ja, ich glaub der ist wieder frei, oder? Die haben die Bäume schon raus geschafft. Ich denke schon. Steinfeld! Komm, mach! Ralle, komm! Mitch, komm! Da, Ralle! Ich bin gerade eh so blöden Lehmboi, Alter! Ja! Haha! Na, 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 na! 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 Na, na... Na! Na, na! Na, na! 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 Junge! Ich find den geil. Er macht noch mehr Spaß, wenn du mitten anfährst, oder? Siehst du? Ich bin am Anfang. Rennbar, was war los? Wo warst du? Ich hab meinen Finger gebrochen. Gegen Bomben gefahren? Volle Kohle. Ja? Ich hab das hier nicht. Dann hab ich mit dem Falle im Finale schon gebrochen. Ach du Scheiße. Du Scheiße, ey. Wenn da oben kreuzen, wusste ich nicht, welche ihr genommen habt. Hab ich das ernsthaft? Ja. Gebrochen nicht. Doch, volle Kamme. Junge, Junge, Junge. Ja, ruhig gebrochen. Können wir mal gucken. Ohoho. 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 Schön abgebrochen, Alter. Ich bin letztes Mal da lang gefahren, da oben. Drei oben. Ohohoho. An der kante. Guck mal, fahr mal ein bisschen weiter, wir kommen in der Randgum. Nein. Da fährt richtig wieder los. Naja. Alle da? Alle sind da. Alle sind sehr da. Ohoho. Ohohoho. Ohohoho. Ohohohoho. Sollte Guck mal, da hat er große Backen. Wo ist er jetzt, Alter? Wo ist er jetzt? Mit seinen großen Backen. Große Backen hat er. Jetzt ist er weg. Große Backen, Alter, weißt du? Große Backen hat er. Der war neu, kann ja nicht. Ja, pausieren, das gibt's ja gar nicht. Die fallen aus, im Bremsen. Ist klar, wir haben noch 5 Minuten gewartet. Ich sagte, komm, setz uns mal hin, Alter. Wie gibst du das denn wieder ab? Ist das eine neue Lebe? Nächstes Jahr. Große ohne Riemen, das gebe ich nicht mehr ab. Das hat keinen Wert. 2.3, 3.0, wie heißt der? 3.0. Der neue Brose, 3.0, ne? 3.1, wie heißt der? Ohne Riemen, mit mehr Dampf. Ja, ja. 95 Newtonmeter. Kannst du mal gucken, ob du lieber auf der Leitz fährst oder auf das Ding? Die hat aber auch einen ganz anderen Ruchpunkt als die. Ja, deswegen, deswegen hab ich auch getauscht. Ich konnte mit der anderen Bremse, erstmal war die mir zu stark. Ich gebe die auch zu. Also du hast manchmal, wenn du wirklich nur leicht getitscht hast, da hast du dieses Momentum am Rad gehabt, was gereicht hat. Und dann weg gehst du auf Eis. Und dann geht die aber nicht schnell, ne? Ey! Ich mach doch mal rein, ich spammel die Energie. Du bist gut, ey. Kannst du noch ein Bier trinken? Dann hast du die Energie. Ja, letztlich mal. Wie sieht's die ganze Zeit hier? Aber Rall ist Kurve hier. Kann er gar nicht auf die Fresse fliegen? μ'를 ver -, Raller, hier! Hahaha! Geschafft! Raller, geschafft! Das war's für heute. Alle am Limit, Alter, alle am Limit! Richtig allein, boy! Ja, ja! Ist weg, ne? Ja, normal sind die geilsten, Alter! Das sind die geilsten Locals, alles! Ja, 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 ja! So, wir machen Bierpause. Der Rad hat uns gedacht, mit Bierchen. Feinstes Ulrich-Martin-Bier. Da gibt es eine Geschichte dazu. Da macht sowieso nichts mehr. Guck dir nicht in mein Auto rein, da ist noch Baustelle drin. Wo ist die Geschichte? Wo ist die Geschichte? Oh, das hat er schon aufgemacht? Ja, er hat schon sein erstes Ding an den Ringerns. Achso, er muss seinen Finger kühlen. Oh, jetzt habe ich schon aufgemacht, du musst dein Bier saufen. Mich stimmt das schon, der ist Alkoholiker geworden. Was ist das denn für eine Sorte? Ulrich, Spezi. Nicht trinken! Er muss erst eine Geschichte dazu erzählen. Achso, dann erzähl mal. So, durch die beiden bin ich Alkoholiker geworden. Durch Rande und Marcel. So, durch mich bin ich nicht Alkoholiker geworden. Bei mir gibt es nur Limoncello. Ich war jeden Tag blau im Urlaub. So, eins zum kühlen und eins zum trinken. Das wäre gut. So, schöne Grüße nochmal an den Markus von der Enduro One. Schöne Grüße, Markus. Dein Bierchen hier, das ziecken wir uns jetzt hier nochmal rein. Der Kasten ist fast leer. Die letzten sechs Stück habe ich heute hier mitgebracht. Prost, Markus. Und jetzt kaufen wir uns schön hier einen Weg. Prost. Prost, danke. Prost. Der Mitch hat mir ein Geschenk mitgebracht. Ich habe mir mal nicht gezeigt. Sehr geil. Moment, hier. Da. Lago de Garda. Lago de Garda. Mit einem Mountainbiker. Mega geil. Meine auch nicht. Dann muss ich mir hier irgendwie einen Lenker tütteln. Dann kann ich weiterfahren. Boah, ist der dick, Alter. Der ist dick. Also, ich denke, ich gebe es dran. Ich habe ja noch drei Wochen feinsten Bike-Urlaub vor mir. Ja. Und dann würde ich sagen, Lenker kürzen. 800 hat er noch? Ja, sicher. 790. 790. Geht nicht anders. Kann man doch nicht fahren. Hier hat der Lars gelegen. Hier hat der Lars gelegen, jawohl. Nein, fahr du mal. Ralle ist Flow-Kanal. Ralle ist Flow-Kanal. Ralle ist Flow-Kanal. Da kann er abflowen hier. Ralle, leh mal. Keine Ende. Lehn-Boy. 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 Junge. Lehn-Boy. So, Lehn-Boy. Hallo. Ralle braucht mehr lieber'n Cello. Ja, Juhu. Ja, Juhu. Was für Juhu. Den kennt der Ralle noch gar nicht. Siehst du, Ralle ist Flow-Kanal. Ja, sagen wir doch. Ja. 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 Das ist wie der Feuer der Tränen hier Ja, Rall ins Flow-Kanal, leichter. Geil, Omaat. Der war echt gut. Das macht Spaß. Richtig. Vorne ist logisch, aber noch gucke ich so ein bisschen. Das ist geil. Ja? Ja, den kennt auch keiner, wenn du da oben rein guckst. Ja, den können wir nicht fahren. Na komm, mal vor. Ich schon wieder? Ja. Ich schon wieder. Ich schon wieder. Hehe. Aufgehendbar! Scheiß Klickfahrer hier. Guck ihn dir an, Alter. Ein Double! Ich bin dabei. Jawohl, Alter. Voll drüber. Das ist aufenster. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da aufgehend. Ja, ich bin da. Hier war das Glockrönte. Ich bin da. Hier war das Glockrönte. Er ist so. Das ist wohl so. Das ist jetzt. Das war das Glockrönte. Ich bin da. Das war das Glockrönte. Ich bin da vorgain. Und ich bin da. Warte mal, dann der Ralle kommt. Ja, boi, Ralle! Da oben irgendwo! Inlegen, inlegen, nebenbei! Ja, das sind euch natürlich. Aber ich hab mich oben wieder einmal eingefädelt. Ja? Und irgendwo einfach den dicken Zeh. Ich hab hier unten den Fuß unten. Ich bin platt langsam. Ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ey, Junge. Bring dich nicht um, ey. Alter, irre. Junge, dein Glück, dein Schutzengel. Ey, ich kann nicht mehr. Ey, Leute. Habt ihr das gesehen? Nein, ey. Ralle! Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt. 18%. 18% Akku. 18% was? DJI Akku. DJI Akku. Immer noch der erste. Hat aber 1000... Wie viele Kilometer? 1730 Höhenmeter. Ja. So, komm. Ixi, Ixi gefällt dein Foto. Siehste? Ja. Ixi, danke fürs Liken. Wins. 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 Los geht's. Wins. Lewin! Lewin! Es ist die blau, Lewin! André, du guck. was ist los hier alter? was ist denn hier? was ist da oben? da oben ist der. ja, ja, lemboi! wir warten auf dich lameboi richtiger lameboi hier ist meine stelle hier ist meine stelle das ist schon ein richtiges stück, richtiges ballaststück kass, 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 kass was ist denn los hier schon wieder mit dir alter? kass, kass, kass. die Gedenkstätte von Mich. der besoffene Ralle zieht uns ab hier. Stabbel! Stabbel! Was ist mit dem? Was ist mit dem? Da ist er schon wieder! Der besoffene Ralle! Oh! Kleine Arme! Hey! So Rolle! Und? Fühlst du dich wohl? Hier bist du noch blau! Es wird langsam klarer wieder um die Augen! Das Weizen blubbert langsam runter! Die Sonne scheint, 25 Wetter ist gut! So Jungs! Viertel voll! Ist gut! Wir haben gut abgeliefert heute! Ja, auf jeden Fall! Dafür ist der Akku nur echt gut voll! 2000 Höhenmeter! Das kennt der Ralle gar nicht mehr! Nur noch alleine! Nee! Wir sind alle auch! Guck mal hier! Ja, okay! Ja, einmal im Jahr da! War ja ein Highlight! Das kannst du ja nicht wie ein Buch zählen! So, komm! Den boy! Mal hier oben Ш pitched, Mal hier oben bewegt! see Passiert den Hund hier ohne Leine auch nicht zu führen Haben wir hier Dinger drauf gehabt hier diese diese Puschel sofort abgeflogen die Dinger hier Puschel drauf weg geflogen Die Hülle drum wie ich die immer hab die kann ich wegnehmen Ja die Hülle weiß ich nicht Ja die schwabbelt halt Es gibt keine passende Puschel Nee für den DJ noch nicht Ja wobei kann man hier schon bald ein Jahr alt Genau normaler ich hab schon lange nicht mehr geguckt Vielleicht gibt es da jetzt was Wir haben hier von der GoPro 8 gehabt Genau von der GoPro 8 Musste nur ein bisschen was rausschneiden und dann ging das Die 8er ist ja wieder viel kleiner 8er ist kleiner genau das war ja die Größe von 8er hier Ja ja So auf gehts Los Komm Die Lame Boys und Besoffener nach vorne Los besoffener Lame Boys Ich hab genug Eko ey Ich bin nur ein Hindernis Du musst mir rollen hier Hey gibt da nichts zum Treten Genau da gibt es nichts zum Treten Da gibt es keine Ausreden Gibt es keine Ausreden Ich wollte das nicht wenn man zu mir Lame Boys sagt Hey er mag das nicht Fahr Lame Boys Fahr Lame Boys Lame Boys Lame Boys Er mag das nicht siehste Siehste Das wäre aber fast vorn gewesen Weißt du warum? Weil man mit Rastgeräuden im Vorderrad Achso Die Rastgeräuden im Vorderrad Die Messeräuden im Vorderrad hungry Auf geht's Auf geht's Ich sehe Das ist wieder eine richtige Marcels Welt hier, sinnloses runterrutschen, ist sowas von sinnlos. Junge, ich habe so eine Platte mitgenommen. Ja, jetzt ist die Bremse auf jeden Fall gleich wieder frei. Mal auf Christian warten, glaube ich. Ja, aber wirklich. Natürlich. Ja, aber wirklich. Ja, aber wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Perfekt, Alter! Der ist in dem Schiff! Nee! Richtig! Gymnasten ist ja nicht so geil Ja, Bock, Alter! Au, der macht doch Bock! Der ist ja auch! Der macht Bock! Sinnloses... Sinnloses Verschleifen vom Bremsbelägen Nee! Du fährst auch steil! Ja? Nein! Ich fahr lieber schnell! Ich hab richtigen Schlag gekriegt gerade! Wie verarsche! Du, er wird nicht mal hinweggepackt! Ja, der lacht ja aber nicht! Ich hab richtigen Schlag gerade irgendwo gegen gekriegt Ja, ja, ja Nix! Ja, bist du über den einen Steinlaufen drüber! Aber Koffe! Koffe! Lass es dir nicht! Schön rades Tempo gewesen! Was ist das jetzt wieder hier? Wie ist das denn da los? Schön spannend war das! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?